So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. So, wir holen uns das nächste Yowie. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das da drinnen ist. Hier kommt das Chaos. Hallo Chaos. Komm her Kleiner, sucht Kleiner. Und ab geht's. Rauf damit. Wuppi. Nämlich auf das habe ich vollkommen vergessen. Tschüss, Papa. So, hier haben wir mal was. Ein Drogenfläschchen. Was kann... Aha. Da ist das Yowie, was ich gesagt habe. Haha. Und der Hinnerbeeren. Ja, sehr gut. Schauen wir mal. Die Bürstenfreunde. Okay. Ah, mir fehlt trotzdem noch immer eins. Ah. Okay. Erinnerbeeren. Erinnerst du, wie Mintberry Crunch Cthulhu verwandt hat? Oh, ich erinnere. Klar, ich erinnere das. Erinnerst du die Zombies aus dem letzten Spiel? Ja, ich erinnere Zombies aus allen Spielen. Okay. Der ist gesperrt. Okay, deswegen brauchen wir... Moment, ist da hinten irgendwas? Ist da hinten irgendwas? Nö. Gut. Deswegen brauchen wir Chaos hier noch einmal. Na, komm. Komm her, Kleiner. Und, das hätten wir. Oh, wow. Tschüss, Papa. Danke. So, jetzt können wir das aufmachen. Tatsächlich. Ein Artefaktkammer der Ulti... Okay, Flatflation. Okay, gut. Das Geld können wir nicht mitnehmen, was da liegt. Ich brauch 5000 Dollar, damit ich... Aber wurscht. Ein Yowie fehlt uns jetzt noch. Eine Erinnerbeere fehlt uns jetzt noch. Ist halt die Frage, wo das halt ist. Ich glaube, hier drinnen... Ist es, glaube ich, nicht. Mit denen haben wir schon alle ein Selfie. Ja, da drinnen waren wir auch schon. Na, da ist nix. Und das ist versperrt. Genau, das war nämlich Hauptmission. Da kommt man nicht hin. Hm. Eine Erinnerbeere. Ein Yowie. Ich weiß... ...dass mir irgendwo ein... Okay, da ist nix. Ich weiß, dass mir eine Wohnung fehlt. Ich wüsste aber jetzt nicht, wo die wäre. Ah, es ist schwer. Aber wir können noch mal alles durchgehen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das so interessant ist für euch. Da drinnen wird es ja... ...wird ja auch nix sein, oder? Ein Selfie mit dir kann ich auch nicht machen. Mit dem auch nicht, okay. Und mit denen auch nicht. Entschuldigung. Er geht hin und geht wieder weg. Ja, gut. Aber ein Yowie sehe ich da auch nicht an der Wand hängen. Kann ich in die Küche? Okay, da können wir auch keine Fotos machen. Und auch hier ist kein Yowie. Okay, die lassen mich jetzt sogar in Ruhe. Okay, da unten ist auch nix. Da kann ich noch mal reingehen. Aber hier ist... ...doch auch nix mehr gewesen. Außer die ganzen Katzen halt. Ja gut, da ist eh nix drinnen, was wir brauchen. Ah, ja. Den Raum haben wir vergessen. Da haben wir gegen Randy gekämpft, wie er besoffen war. Aber auch hier... Alter. Keine... ...innerbären. Okay, weiter kaputt geht's nicht. Außer nur der Kopf. Okay. Aber sonst ist da nix. Kann ich das kaputt machen? Ah, das wäre geil gewesen, wenn das jetzt alles explodiert wäre. Das wäre cool gewesen. Aber nein. Nö. Auch hier drinnen ist nix. Okay. Und da unten ist ja nix. Warte jetzt. Achso, einkaufen. Okay. So, dann gehen wir da wieder raus. Dankeschön. So, da hinten war ja auch nix mehr. Und eigentlich hört man ja auch die Katzen. Die machen miau. Miau. Schauen wir da kurz nochmal rein. Ah ja, genau. Wir sind Pflanzentyp. Ich hasse dieses dämliche neue Kind. Ja, ja, ja. Ich weiß. So, du. Gut, Pflanzmagier. Machen wir eins. Sehr gut. Somit haben wir wenigstens einen neuen Follower. Juhu. Juhu. Hast du alles? Gut. So, du willst ja nicht, gell? Kampfsportler, oder? Ich finde nur schnelle Helden richtig schwul. Ah, okay. Schnelle Helden. Ich mache nur Selfies mit Assassinen. Da stehe ich total. Okay, gut. Wartet's einmal. Er macht nur Selfies mit Assassinen. Na, nicht das. Wo sind meine Kräfte? Da sind meine Kräfte. Da, bitteschön. Ich bin Assassine. Allerdings können wir uns das hier sparen. mit der Heilung. Ich hau mir das jetzt einfach nur mal rein. Oh mein Gott. Heute sind ja richtig viele coole Leute da. Nicht wie gestern. Oh, du bist ein Assassine? Machen wir. Okay, nur weil ich die Dinge nicht ausgerüstet habe. Ach, komm jetzt. Aber wurscht. Einer mehr. Besser als nix. Ich und der Assassine. Am Schirm. Ja, genau. So, Kräfte. Jetzt tun wir die wieder umtauschen. Allerdings. Was nehmen wir uns denn? Das da, oder? Das wäre nicht schlecht. Nehmen wir uns das. Kriege ich noch ein paar Funfries? Aber wieder zwei Follower dazu. Das passt auch. Ah ja. Jetzt können wir uns noch einen Follower holen. Und zwar in... Weißt du ein Geheimnis wissen, Schnucki? Ja, komm ganz nah. Na, na. Danke. Du schlägst doch gern, Mädchen. Alter. Gut. Und zwar Mrs. Tweak können wir uns holen. Nämlich wir haben ja Tweak jetzt geholfen. Und auch, ähm... Die Mutter von Craig können wir uns auch holen. So, hier ist auch keine Katze. So, die haben wir ja auch schon. Eine fehlt uns noch. Eine fehlt uns noch. Da dringend. Oh, hey kleiner Homie, ich bin's, Classy. Ich wollte dir nur danken, dass du den korrupten Polizeichef erledigt hast. Dank dir bin ich jetzt frei. Wenn du irgendwann Hilfe brauchst, komm einfach zu Classy. Mit einem I und einem kleinen Schwanz, der am C hängt und das L aus dem S fängt. Okay, danke. Da müssen wir dann eh hin, aber da gehen wir erst später hin. Zuerst holen wir uns noch die zwei Follower. Und vielleicht, vielleicht finden wir ja mal noch eine Katze. Wer bietet dem Chaos die Stille? Ich nicht. Niemand. Ich geh weiter. Durch den Selbstjustizler haben wir was, an das wir glauben können. So, hier rein. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? So, jetzt mit der Mutter. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Oh, von mir aus. Geht doch. Die spielt mit dem Telefon. Juhu. Okay. Fertig? Ich hoffe, ich sehe nicht zu high aus. Okay. Da drinnen haben wir ja auch schon alles gemacht. So, einer fehlt mir noch. Genau. Wir schauen uns trotzdem da drüben noch weiter um. Wir gehen durch die komplette Stadt durch. So, da komme ich ja nicht mehr rein. Da ist... Ja, zu. Das war Hauptmission. So, wenn ich da jetzt weitergehe... Ja, wir können nochmal hinschauen, aber ich glaube, da oben war auch nichts. Wie kann ich dir helfen? Da hinten ist nix. Oben war... Oben war ja auch nix. Genau, hier. Die haben wir aber schon. Und die Katze, die da war, haben wir ja auch schon. Hm. Die letzten Erinnerbären. Das letzte Jaoi. Katzen. Ich habe keine Ahnung. Gehen wir da runter. Hier ist auch wiederum nix. Ich höre auch kein Miauen oder sowas. Lass mich in Ruhe. Ja, ja, ja. Du mich auch. So, hier war ja auch nix. Und da oben die Katze, also von der letzten Map, wo jetzt da der Ninja war, haben wir ja auch die Katze mit runtergenommen. Hier ist aber auch nix. Was ist, wenn ich da nochmal raufgehe? Ja, das haben wir. Ja, du, lass mich in Ruhe. Nix. Gehen wir wieder runter. Gehen wir mal, was sich das bringt. Gehen wir mal, was sich das bringt. Gehen wir mal, was sich das bringt. Und jetzt? Ah, es taut auf. Ein Artefakt? Na ja, besser als nix, oder? So, hier haben wir ja doch... Mit ihr haben wir ja schon das Foto. Das war Kenny sein Zimmer. Hier hinten war ja auch nix. Und da bei den Eltern war ja auch nix mehr, oder? Na. Okay. Wo ist diese verdammte Katze? Ja, wo ist die, gell? Das frage ich mich auch. Da nach hinten kommen wir nicht? Da komme ich rauf mit dem... Wo bringt der mich rauf? Haben wir das schon mal gemacht? Wo bringt mich das hin? Ja, da waren wir schon. Okay, okay, okay. Na? Startbereit! Wow, solch Anmutung, perfekt. Sei gegrüßt, Krieger von Mamaria. Ich bin der rechtmäßige Verehrer der Prinzessin. Der größte Krieger, den die Busen-Arena je gesehen hat. Wieder musste ich kämpfen. Ich habe gesiegt, aber ich bin geschwächt. Ich muss einen Haltrang zu mir nehmen, damit ich zur Liebsten in die Populis zurückkehren kann. Kannst du mir da weiterhelfen? Gib Gerald ein Drogenfläschchen. Bitteschön. Oh Mann, das ist super. Wenn du mal Hilfe brauchst, ruf mich und ich werde an deiner Seite kämpfen. Okay. Kann ich mit dir auch ein Selfie machen? Klar, ein Porträt mit dem größten Krieger von Nippo. Natürlich. Ein Porträt, nennt man das bei dir. Okay, ab geht's. Juhu! Gut. Unser Band ist geknüpft. Dann bring mich bitte wieder runter. Ja, ich weiß, dass das dein Daddy ist. Danke. Okay, dann passt das. Das war Glück, dass ich das da gemacht habe. So, wer wohnt hier? Ich habe in meinem Nidja-Best. Nichts. Wer wohnt hier? Ah ja, genau. Sie fehlt uns ja auch noch. Als Freund eigentlich. Ist sie da? In der Küche ist sie nicht. Okay. Und draußen ist sie... Auch nicht. Gut. Und dann mal rauf. So, was haben wir jetzt da hier drinnen noch? Hier drinnen können wir mal nix machen. Hier. Da ist aber auch nix. Gut. Nix. Hier. Auf der Toilette. Auch nix. Sie ist gar nicht da. Gibt's da noch irgendwo? Da ist noch ein Zimmer. Das ist von Ike. Nein, da ist aber auch nix. So, da rauf gehen kann ich aber noch. Na, nicht mit dem Furz. Haben wir da oben irgendwas vergessen? Oh, da ist viel. Gerümpel. Aber hier oben war ein Joey. Das ist da hinten irgendwo gewesen, glaube ich. Genau. Nämlich hier ist es offen. Und hier sehe ich nix. Okay, jetzt bin ich bei der Bank. Ich schaue mich ein bisschen um. Da ist sie. Und ja, jetzt kann ich ein Foto mit ihr machen. Oh, okay. Ich mache ein Foto. Aber nur, wenn es schnell geht. Sehr gut. Wenigstens haben wir ein bisschen was geschafft in dem Part. Okay, und jetzt ab mit dir. Riechst du das? Das ist der Geruch neuer Ware. Lass das lieber mal desinfizieren. Okay. Gute Wahl. Keine Flecken. Mr. Henke-Bausatz. Du kannst es jederzeit für einen Bruchteil weiterverkaufen. Ja, mache ich eh. Keine Panik. Dankeschön für alles. Komm wieder, wenn du Lust auf Sloppy. Das mache ich. Mit dir kann ich auch kein Selfie machen. Okay, bei ihm, glaube ich, brauche ich auch nicht reingehen. Was haben wir da drinnen? Schauen wir mal. Genau, da warst du drinnen. Und mit dir kann ich rein gar nichts machen. Keine Ahnung, warum es... Hey, ist das nicht... Nein. Ich weiß nicht, wozu es diesen... Also dieses Gebäude hier gibt. Ich habe keine Ahnung. Da oben waren wir aber noch nicht beim Fotodojo. Das machen wir dann auch gleich. Kann ich mit dir ein Foto machen? Nein. Gut. Kann ich da durch? Nein. Nein. Aber auch kein Jaoi. Das nicht, das nicht, das nicht. Das da hinten auch nicht. Hier vorne... Auch nicht. Nein. Dann weiß ich es nicht. So, hier können wir aber rauf. Aha. Ah, da oben waren wir auch noch nicht. Na dann. Na dann, ab geht's. Stachelanzug, okay. Achso, ich sehe schon da. Ich stehe nur davor, deswegen sehe ich es nicht. So, rüber da. Bereit? Aha. Ja. Okay, geschafft. Noch ein Artefakt, okay. Ah, und das war's. Dann bring mich bitte wieder runter. Dann mal los. Ah. Das hast du wirklich drauf? Ja, das habe ich volle Kanne drauf. So, Fotodojo haben wir. Das haben wir auch. Ach, ich kann noch mal reinschauen, aber ich glaube, hier drinnen ist auch nix. Hab neue Sachen auf der Karte. Im Taco-Geschäft ist man erfinderisch oder weg vom Fenster. Sieh an, da isst du immer für das für deine dunkelste Stunde auf. Oder wann immer du Hunger hast. Pass auf dich auf, Superheld. So, da waren wir ja auch schon, oder? Ja. Ja, das haben wir ja auch schon hinter uns. Okay. Sloppy, ja, ja, das haben wir auch schon. Genau, die Bank, da möchten wir noch mal rein. Nämlich, jetzt können wir auch mit Craigs Mom ein Foto machen. Das sollte jetzt eigentlich gehen. Mrs. Tucker, okay. Okay, zurück zur Wirklichkeit. Ich mache nur Selfies mit stinkreichen Leuten. Mit stinkreichen, okay. So, was haben wir hier? Mit niemandem ein Selfie, okay. Haben wir hier irgendwo was? Das ist alles nix. Das ist auch nix, okay. Und David Heyselhoff schmückt die Wand da. Okay, was haben wir hier? Schauen wir mal. Solltest du nicht irgendwo anders sein? Solltest du nicht lieber arbeiten? Ja, das da oben ist neu. Und zwar das hier genau. Das habe ich vergessen. Schauen wir mal, ob da da ein Yowie dahinter ist. Ich habe ja keine Ahnung. Toolshed, der Richtige für jeden Job. Für irgendwas muss das gut sein. Achso, ich kriege nur sowas raus. Ich habe mir gedacht, der ganze Pool wird abgelassen. Aber nein, leider nicht. Aktenkoffer-Schlüssel. Aktenkoffer-Schlüssel. Wichtiger Gegenstand. Aktenkoffer-Schlüssel. Aktenkoffer-Schlüssel. Aktenkoffer, da oben. Crack-Baby-Zorn. Das ist nichts. So, da war ein Yowie. Das weiß ich. Genau, Crack-Baby-Fußball, glaube ich. Das haben sie erfunden, glaube ich. Oder irgend sowas. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Es ist schon länger her, dass ich es aufgebaut gesehen habe. Aber irgendwas mit Crack-Baby. So, ich glaube, da drinnen brauchen wir auch nicht mehr reingehen. Mit dir kann ich... Was für ein Outfit, Süßi. Bist du mit meiner Tochter Bibi befunden? Ja, bin ich. Ach, Mäuschen. Wenn du so schlicht angezogen bist, kann ich kein Selfie mit dir machen. Was willst du, dass ich anziehe? Ihr Kids und eure Spielzeuge. Bestimmt könnt ihr euch sogar ins Internet hacken damit. Erstmal Make-up auftragen, Süßi. Das ist der Witz an der Sache. Okay, Make-up willst du, dass ich auftrage? So, Kostüme. Accessoires. Make-up. Make-up? Nein. Haare, Bärte. Basis-Make-up, okay. Man sieht es eh nicht. Ich habe keine Ahnung. Nehmen wir einfach das hier. Vielleicht reicht das ja schon. Vielleicht könntest du was an deinem Gesicht verbessern. Okay, ich muss meine Maske vielleicht noch ablegen. Kopf. Nein. Accessoires. So vielleicht. Erstmal Make-up auftragen, Süßi. Das ist der Witz an der Sache. Meine Güte, was willst du von mir, damit ich ein Scheiß... Vielleicht das hier. So vielleicht. Gnädigste. Hey, Verbrecher Schreck. Willst du deinen Vertrag erneuern? Solltest du machen. Weißt du, was spaßig wäre? Ein Make-up-Selfie. Nur für Make-up-Interessierte. Gott sei Dank. Ah, machen wir den hier. Das schaut cool aus. Juhu. Und wenn wir schon mal da... Unglaublich. Ich werde dir definitiv auf Kunstergram folgen. Danke. Interessiert mich nicht. So, und wenn wir schon mal dabei sind... Make-up weg. Basis-Make-up weg. Bärte können wir lassen. Haare können wir lassen. Kopf. Wir nehmen uns jetzt da etwas anderes hier. Ja, wenn wir auch immer dumm als Black Panther, oder? Panther-Maske. Wo ist der Black Panther-Anzug? Da ist der Black Panther-Anzug. So, und Accessoires. Legen wir uns noch mal die Maske da an. So. Mir fehlen diese Krebs-Menschen. Die wissen, wie man Produkte pusht. Meine Güte. So, Post Office. Auch hier wiederum nix. Da haben wir ja auch den Schlüssel von Ned gefunden. Ja, ja, ja. Was haben wir da? Okay. Captain Einsicht, ha? Tut mir leid. Komm wieder, wenn du mehr Klassen auf deinem Superhelden-Buckel hast. Mehr Klassen? Alter, ich habe vier Klassen. Aber vielleicht meint er auch das. Kurzen Augenblick. Kräfte. So. Wir machen... Einmal... Es ist eh wurscht. Einmal den Blaster. Dann einmal das hier. Und einmal das hier. So. Tut mir leid. Komm wieder, wenn du mehr Klassen auf deinem Superhelden-Buckel hast. Dann weiß ich es nicht. So. Was war denn das jetzt nochmal? Pflanze. Pflanze ist hier. Einmal. Zweimal. Und ich glaube, der Rückstoß, oder? Den Rückstoß habe ich gehabt. Ja, ja, ja. Dann halt nicht. So, das ist das Letzte. Wo wir reingehen. Da ist zu. Okay, gut. Gut. Ich habe keine Ahnung, wo das alles wäre. Wir gehen dann alles nochmal durch. Also nicht das, was ich jetzt durchgegangen bin. Sondern unten bei den Häusern schauen wir noch ein bisschen durch. Allerdings... Kann ich... ...behilf... 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 ...von Nutzen sein? Allerdings nicht jetzt. Und auch nicht im nächsten Part. Im nächsten Part geht es weiter mit der Hauptquest. Fantastisch! Wir sehen uns! Und ich verabschiede mich gleich mal von euch. Macht's das gut! Tschüss, Papa! Euer Herzfehler! Ich ause. Ich ause. Und ich hause.